es wäre okay gewesen wie viel ich den sekunden gekostet höchstens ich glaube einen run mache ich heute noch jetzt noch aber irgendwie macht spaß ja finde ich schon ich ja 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 Die Hitbox einfach, ey. Das ist mies. Das war ein Fall. Ich habe zwar nochmal Schaden gekriegt, aber das war ein guter Fall. Ich glaube, das Play ist hier keine Safety anzusammeln. Und dann hier Ultrasprung zu machen. Yeet. Danke. Dann die hier Safety mitzunehmen stattdessen. Das muss dann reichen halt. Danke. 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 Gold. Ja, die Safety brauche ich nicht da bei den Drehdingern. Die brauchen wir nicht. Ja, das war jetzt schon mal richtig kacke, wenn man das mal so sagen will. Irgendwie schon mal, ja, nicht so toll. Mache ich einen Damage-Bus oder nicht, ist die Frage. Nee. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. 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 Ich hab meine letzten beiden Schaden gekriegt. Oh, ich dreh am Rad, ey. Oh Gott. Ein Skorpion. Echt? Oh Gott. Oh, eine Minute. Oh, wowsi. Cool, meine Waffenenergie sieht sogar ganz gut aus, glaube ich. Homing weiß ich nicht, wie ich da normalerweise hab. Chaingun hab ich recht viel. Okay. Nee, nee. Nee, nee. Okay. Es war ein bisschen zu früh gekillt, ja, jetzt kriege ich hier Schaden. Tatsächlich. Passt, ich bin trotzdem voll. Also gut. Das ist eindeutig eine gute Strategie, muss ich mich nicht viel bewegen, weiche allem aus. 400 Schüsse reicht hier auch immer so. Also gut. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Nein! Okay, ich habe nur einen Schaden gekriegt. Das hätte gerade irgendwie schlimmer ausgehen können. Sollte passen alles. Das war schnell. Nice. Wäre schon cool, wenn ich den run beenden könnte hier. Kasse diesen Typen. 1500 Schöße, das ist glaube ich ziemlich gut. Das geht hoffentlich gut. Normalerweise kann ich hier das alles spielen ohne Treffer zu kriegen, ich habe einen Puffer. Sollte gut gehen, sollte. Okay, gut. Okay. Nochmal. Zeit gespart. Nice. Okay, 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 komm. Eine verdammte Stage. Die muss jetzt laufen. Oh, ein sind das Kacke, ist Kacke. Sollte gut gehen. Okay. Ich hole mir Safeties, ganz ehrlich. Okay. Jetzt sollte nichts schief gehen. Sollte. Okay. 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 Jetzt trifft das Ding. Hoch. Danke. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen oder? Pliss. 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 Das sieht safe aus. Easy. Easy. Nice. Sub-17. Wow. Okay. Guter Run zum Enden. Wow.